Freunde der Sonne, ein Wunderschön. Alles Gute für das Jahr 2013 wünsche ich euch, aber nicht Michael Fischer. Michael Fischer? Michael Fischer. Berühmt geworden im letzten Jahr, im Sommer, weil er seine liebe Freundin Nadja Drügala schweren Verruf gebracht hat. Doch dazu später mehr. Gegen Michael Fischer hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Dieses Verfahren wurde aber nun eingestellt, dieses Ermittlungsverfahren, was ihm vorgeworfen worden. Fischer soll letztes Jahr bei einer Gedenkveranstaltung für NSU-Mordopfer in Rostock, Mehmet Turgut, gestört haben. Und zwar nicht irgendwie, sondern er soll mit einer Metallstange rumgelaufen sein, Leute angegriffen haben und die ganze Veranstaltung auch lautstark gestört haben. Das Ganze lasse sich aber nicht mehr einwandfrei rekonstruieren und deswegen habe man die Ermittlungen einstellen müssen. So die Staatsanwaltschaft. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass mal ein Unionspolitiker in einem solchen Zusammenhang die Forderung aufmacht, dass man die Videoüberwachung ausweiten müsse, damit man auch solche Gewaltverbrechen, damit man auch solche rechtsextremistischen Verbrechen künftig besser ahnen könne. Nur um das klar zu sagen, ich bin gegen jede Form der Videoüberwachung. Ich lehne das ab. Ich finde das völlig falsch und halte es für einen Eingriff in die Freiheitsrechte. Aber es ist doch interessant, dass in diesem Bereich niemand mehr irgendwas tut. Auf der anderen Seite ist in den letzten Wochen ganz oft und ganz viel gefordert und auch angekündigt worden, dass die Videoüberwachung ausgeweitet werden muss, weil ja die Gefahr des islamistischen Terrorismus so gewachsen sei. Immer dann, wenn der Verdacht besteht, dass vermeintliche Islamisten irgendwo einen Bombenanschlag verübt haben könnten, wird dieser Ruf sofort laut und es gibt eine riesige große Welle und ganz viele Ankündigungen. Und die Angst wird immer größer, aber nicht vor Islamismus, sondern vor dem Islam. Und das ist ein Problem. Und das zweite Problem, was dahinter steht, ist, dass es eben nur bei diesem Phänomen des Islamismus getan wird. Wer hat eigentlich noch Angst vor dem Rechtsextremismus? Wer kämpft denn entschieden gegen Rechtsextremismus? Wer macht denn diese Gefahr noch deutlich? Das ist eine große Aufgabe für das kommende Jahr. Und dann sind wir wieder bei Nadja Drügala, die ja angeblich gar nichts mit Rechtsextremismus zu tun hat. Trotz ihres Freundes Michael Fischer, inzwischen übrigens tatsächlich in der Sportfördergruppe der Bundeswehr ist und von der Ostsee-Zeitung vorgeschlagen wurde für die Sportlerwahl des Jahres 2012. Ich werde dieses Jahr bei der Sportlerwahl mitmachen. Ich weiß, welche Sportlerin ich nicht wähle. Ich weiß aber auch, welche Mannschaft ich wähle, nämlich den HCM Porostock, meine heißgelegte Handballmannschaft, die kurz vor Jahresende noch einen sensationellen Sieg gehabt hat und jetzt bis zum 10.02. leider pausiert, weil Handball-Weltmeisterschaft ist, dass es wenigstens auch noch was Vernünftiges ist. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Tschüss, tschüss.